Und natürlich ist die Persönlichkeit Jörg Haider natürlich in ihren unterschiedlichen Facetten, die sie hatte, differenziert zu betrachten. Sie war mit Sicherheit in vielen Bereichen eine Ausnahmepersönlichkeit, ein rhetorisches Ausnahmetalent. Das ist ja eigentlich der Ursprung gewesen, ich glaube bei einer Schülerveranstaltung war es, wo er damals bei einem Rhetorikwettbewerb aufgetreten ist und dort alle so begeistert hat und man auf ihn auffällig geworden ist. Ich glaube im Rahmen des ÖTPs war es. Und dieses Talent hatte er und er hat, wie ich heute schon eingangs gesagt habe, die Menschen gemocht. Er war nicht abgehoben, er war bodenständig, er war sich für nichts zu schade in der Politik, wo man manchmal heute den Eindruck hat, ich habe das erst am letzten Samstag wieder im Kopf, die kernsche Abschiedserklärung, wo man sich da nicht in den Niederungen da wohlgefühlt hat, weil da klein klein sozusagen gelästigend war. Das war bei ihm ganz anders. Er hat jedes Problem der Menschen ernst genommen. Er hat sich das angehört, er hat sich Zeit genommen und das war ein neuer Stil. Man hat plötzlich einen neuen Stil der Politik erlebt, der natürlich mit amerikanischen Stilelementen auch bereichert worden ist, wo jemand einmal auf der Straße auf die Leute zugegangen ist, in die Diskothek reingegangen ist, nicht nur aus dem Fernsehgerät sozusagen zu den Menschen gesprochen hat und greifbar geworden ist. Und natürlich hat er, natürlich auch da oder dort zugespitzt Probleme angesprochen, die manche unter den Teppich gekehrt haben, auch vielleicht sehr provozierend angesprochen, keine Frage, aber dadurch ist was aufgebrochen worden in dem Land. Und das war ja der Anspruch, nämlich einerseits ein rot-schwarzes, festgefahrenes System aufzubrechen und den Anlauf hat er genommen. Zwar ein bisschen als Sisyphus, den Stein, den Berg hinaufzurollen und am Ende ist der dann leider wieder runtergerollt. Aber den Anstoß hat er gesetzt und das ist letztlich auch das Erbe, dass da schon was gelungen ist, auch wenn er dann persönlich es nicht vollenden konnte. Aber es ist was festgesetzt worden, im Sinne einer nachhaltigen Veränderung das Land aufzubrechen.